Wer steht um wieviel Uhr auf? Sechs Uhr morgens. Wow, der frühe Zwilling fängt alle anderen. Acht Uhr morgens. Zum Frühstück. Uh, Fische, ganz entspannt. Aufentspannt. Neun Uhr morgens. Immer noch morgens. Alles Gutes noch. Skorpion, wow. Das ist eine gute Uhrzeit. Zehn Uhr. Um zehn, also so. Wow. Wow. Also das ist schon so nicht ausschlafen, aber du bleibst noch ein bisschen liegen. Elf. Elf Uhr. Wow, Schütze. Also no judgment. Ist alles gut, aber wow. Zwölf Uhr. Zwölf. Wow, Widder. Also musst du gar nichts mehr machen. Vierzehn Uhr. Vierzehn. Wow, Steinbock. Das ist schon echt gegen Abend. Und wer geht gar nicht erst schlafen? Ja, das ist schon. Bye. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.